So, jetzt brauche ich davon den Zaun und dann haben sie einen kleinen Stall. Den kann ich auch noch überdacht machen. Sie haben mehr Platz als drinnen. Ich denke oder hoffe ich mal. Oh. So. Wait. Ja, einer eurer Brüder ist leider abgehauen. Tut mir schrecklich leid. Kommt mal raus. Guck, guck. Kommt ihr mit raus? Oh, eins, zwei, drei. Alle draußen. Fantastisch. Wartet, lasst mich rumkommen. So. Ja. Jaho, wärmendig. Ich dachte, die können nicht über Zäune springen. Dieses blöde Vieh. So rotten die sich mal eben selbst aus. Was? Was für Scheißkanickel. Vielleicht muss ich den Schnee wegmachen. Das heißt, ich muss es überdachen. Geh weg, sonst schlage ich dich. Geh weg, sonst schlage ich dich. Was für Scheißkanickel. Mann. Doofes Viehzeug. Da will man einmal ein Haustier haben und es wie Duncan Dees. Nein, Scherz. Was? So, wir machen noch mehr Zäune. Wow. Fünf Stück. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich mach euch jetzt ein Dach. Eigentlich ist es egal. Moment. Oh, ich kotze. So war das nicht geplant. So war das geplant. So war das geplant. So war das geplant. Das ist scheiße, was ich hier baue. Richtig? Moment. Wir machen es richtig. Wenn schon, denn schon. Na, wie lange dauert das? Tschubi dobi dobi do. Mhm. Ne, mit dem rohen Fleisch können wir es nicht schlagen. Können wir ja gerne probieren, aber ich glaube, das wird nichts. Dann wird das mit dem Dach zwar scheiße aussehen, aber... So, ihr müsst mir einmal das geben. Jetzt ist das nächste abgehauen. Ja, du willst deinen Freund wieder haben, hä? Das Vieh ist aber zu blöd dazu. Ja, komm mal her. Ja, komm. Wir machen Trick 17. Mit Selbstübergestung. Ne, komm hoch. Hallo. Kanickel. Komm hoch. Ja, jetzt musst du nur noch reinspringen. Sei nicht so dumm. Danke. Ihr, dafür viel Spaß. Jetzt lasst mich in Ruhe. Ich kotze. Ich kotze so sehr. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Ah, Manno. Ich baue erst den Stall zu Ende. Komm, was wolle. Aber... Fuck you. Blöde Kaninchen. Hä? Ich bemerke dir nicht mehr. Ich bemerke mir. Und, wenn ich mir nicht in Ruhe den Stall verarschen... Naja. Kommen wieder bessere Tage. Schön waren diese paar Minuten mit den Kaninchen, die wir hatten. Ich bring dich um. Scheiß. Komm her! Danke. Jupp. Jetzt muss ich eh wieder rein. Ich hatte mal Kaninchen. Die waren jetzt alle weg. Fuck. Mann. Wo finden wir nochmal? Ach nee, warte. Gute Nacht. Also mit den Kaninchen wird das irgendwie nix bei mir einfach. Ich weiß auch nicht, woran das liegen mag. Aber irgendwie wird das nie bei mir was. Musik 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 Eigentlich müsste ich das neu machen. Ich habe aber keine Lust da drauf. Musik Ich mache jetzt nur dieses blöde Dach. Dann Holen wir uns Lava. Beziehungsweise Nein, wir holen uns keine Lava. Wir holen uns Obsidian. Ich hoffe, das geht mit Eisen. Oh, ich kotze. Leck mich. Ja, vielleicht sollte ich es eher mit Plüschhasen statt mit richtigen Hasen versuchen. Komm, ich zeige dir einen richtigen Hasen. Oh, tot. Oder Abgehauen. Oder was auch immer. Jedes Mal aufs Neue. Musik 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 Sechs reichen. Hoffe ich. Jo. Oh, ich kotze! Mann! Bau doch einmal so, wie du sollst. Siehste? Genau so. Weißt du was? Und das machen wir auch auf unserem Dach. Ja. Nope. Hopp. So, jetzt gucken wir, ob man sich da drunter bewegen kann. Schönen guten Tag! Jo, man kann sich da drunter bewegen. Sehr schön. Warte, ich kann auch hier drum reingehen. Ich kotze. So, echt machen. Jetzt aber. Ist das ein Problem für dich? Scheiße, ich muss hier ganze Blöcke am besten machen. Oder? Nee, ich spiele leider nicht mit. Nicht die Java-Version. Sorry. Da hinten läuft ein Hase rum, um mich zu verhöhnen. Willst du mich verarschen? Du kommst jetzt mit mir. Du kommst mit, habe ich gesagt. Hi, Hi-Ski. Hi-Ski, Entschuldigung. Willst du mich verarschen? Da ist noch einer. Nein, doch nicht. Optische Täuschung. So, wir müssen durchs Haus. Ob du willst oder nicht. Einmal Personenkontrolle. Ich hoffe, ihr bricht jetzt nicht mehr aus. Komm, nicht nochmal. Ja? Vielleicht sollte ich hier auch mal fackeln. Fackeln setzen. Danke. Ich habe gerade eine ganze Herde. Herde. Es heißt nicht Herde. Wie heißt? Wie heißt eine Zusammenstellung von Kaninchen? Es heißt nicht Herde. Juhu, wir haben gekochtes Hähnchen. Verloren. Sind mir alle weggelaufen. Ja, das sollte nicht passieren. Sonst, äh, ja. Geht. Ist okay. Und selbst? Wofür habe ich denn diese blöden Seerosen eigentlich? Ach, Herdeschule oder Schwarm. Okay. Ich dachte, jetzt kommt irgendetwas Außergewöhnliches. So, wir wollten uns... Wir wollten erstmal die Sachen, die keine Sau braucht, loswerden. Und dann wollten wir uns Lava holen. Quatsch. Wir wollten, ähm... Lava zu Obsidian machen. Nase zu kalt. Ja, ich habe auch schon wieder Halsschmerzen. Aber es... Da bin ich selbst schuld, wenn ich bis 1 Uhr im kalten Wohnzimmer sitze. Äh... Zwei in der Decke eingewickelt, aber es reichte leider nicht. Und fern guckte, weil ich, äh... So mies drauf war. Ah, was werfen wir weg? Das werfen wir weg, das brauchen wir nicht. Was werfen wir weg, das brauchen wir... Ja, dann musst du die Heizung hochstellen. Sprengt doch einfach. Danke. So, jetzt speichert es gleich auch noch. Was lief denn im Fernsehen? Ich habe eigentlich nur rumgeschalten und ich habe dann ganz zufällig, äh, den Film von Avatar entdeckt. Falls das jemand kennt. Ich habe zumindest das Ende geguckt davon. Ich kenne zwar den Zeichentrick komplett. Aber den Film zu sehen wollte ich, äh, den Film sehen wollte ich auch irgendwann mal. Aber es ist ja nur die halbe Story, wie ich gestern festgestellt habe. Sind 17 Grad mal. Hast du die entlüftet vielleicht, die Heizung? Vielleicht muss das mal getan werden. So, wir nehmen Wasser mit. Und gucken, wo die Lava war. Ich hoffe, es wird jetzt keine Nacht. Ich glaube, dann gibt es Tote. A.K.A. Äh, ja, die, äh, echt, äh, die, äh, Real, auf, äh, Realverfilmung von Avatar. Die habe ich gestern Nacht auf Disney entdeckt. Aber wie gesagt, ich habe nur mitten reingeschalten und sie waren schon fast fertig. Ich habe die Stelle erkannt, wo sie waren. Weil ich, wie gesagt, die, ähm, den Zeichentrick kenne. Achso, du meinst, die muss erst aufheizen? So, wo war denn die Lava? An den Pferden vorbei mussten wir. Was ist das? Ein graues Schaf. Ich habe den auch nur so, äh, nebenbei geguckt. Den Anime, Anime, Zeichentrick. Also, gut kann man nicht sagen, aber schlecht kann man auch nicht sagen, wenn du weißt, was ich meine. So, wie machen wir das am besten? Ja, genau, ist so halb, halb. Ähm, ja, die Dingsspitzhacke haben wir dabei. Du willst mich doch verarschen, oder? Du willst mich doch verarschen! Ich will zwar Obsidian haben, aber doch nicht so! Es wird keine Nacht. Wehe, es wird jetzt Nacht. So, gucken, ob das geht. Ich hoffe es. Achso, oben drüber, dass es fließt. Das macht Sinn. Ich bin so doof. Kann ich nur mit Diamant? Scheiße, das heißt, wir müssen Diamanten finden. Oh, es wird Nacht. Schlechtes Timing. Das heißt, wir müssen in Höhlen Diamanten finden. Das heißt, wir müssen tief rein. Gut, dann haben wir eine Reise vor uns. Oder ich cheater. Ich will doch eigentlich nur in den Nether. Für die Beleuchtung, für die Häuser. Ich habe eins angefangen. Das, was du gesehen hast. Das ist mein Häuschen. Das darf ruhig hässlich sein. Und das halb Angefangene. Was du gesehen hast. Oder was man gesehen hat. Oh, hi. Ah, hi. Toll, da ist eine Hexe. Da ist ein Zombie. Scheiße. Die Hexe hat mich entdeckt. Die Hexe hat mich entdeckt. Da ist wieder ein Killerkaninchen. Aua. Lass den Scheiß. Du blöde Kuh. Das ist mein Häuschen. Das ist mein Häuschen. Das ist mein Häuschen. Oh. Und wir haben da einen Bogenschützen. Glaubt zumindest, dass es ein Bogenschütze ist. Lass mich in Ruhe. Bis zum nächsten Mal.